Fühl zusammen, Zeit ganz vor euch sitzt Fühl zusammen, was uns zusammenhält Fühl zusammen, Zeit und Zeit Das ist ja ruhig, das ist fertig. Ah, jetzt ist mal dicht. Obwohl er nicht dichter ist. Hier ist ja hellenlang. Hier ist ja ruhig. Am gut sind wir da. Der ist ja die Harte, ist da so ein langes Ding. Geht der an der Flughafen, Leute, oder wie? Der hat da Flughafen, oder wie? Südtegel, oder sowas. Hey, nein, nein. Ja, hör dich mal. Heiligendamm, wo soll ich fahren? Heiligendamm auf alle Fälle. Warte mal, schwarzer Weg ist richtig. Wo sind wir denn hier gelandet? Das ist der schwarze Weg, nur Luft gehen mal zu Fuß. Kannst aber gut drauf sein. Fahrrad vielleicht noch. Mountainback. Oh nein, was wird das sein? Ist das die Kapelle? Ne, ist zu hoch. Wunderbar, was ist das denn jetzt hier an einem Strand? Oh Gott, das ist ja wirklich ein Arsch der Welt. Wunderbar, das ist ja krankhaft. So, und da ist der Pörtner. Dramm, Förtner. Ah, links reichige Dille, schöner See, Wasserrauschen, noch wunderbar Spazierengehen, Spögel im Park, frisch gemäht, hier mit der Sensor, hast du noch was zu tun, rechts? Junge Bäume. Ja, ich wandere da mal jeden Tag mit dem Aktenkoffer in der Hand. Für einen alten Menschen will mich gar nicht mehr zumutbar, da ist die Villa, da fahren wir hin, da ist auch ein schöner großer Parkplatz. Stammberg geht los, grünwald, 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 grünwald. Haben Sie eine Badehose mit oder wollen Sie nackt baden? Oltre le dolcezze dell'Arisbar e le tenerezze di Zanzibar, c'era questa strada. Oltre le illusioni di Timbuktu e le gambe lunghe di Babalu, c'era questa strada. Questa strada zitta che vola via, come una farfalla, una nostalgia, nostalgia al gusto di chi va solo. Forse un giorno medio mi spiegherò. Hierofisch Vigiles Oltre le Ich schlafe sie. Müllsäcken daneben ist ja hübsch. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Pochi ambulanti soffreggono, musica, la la la. Bambola, volta nel tunnel, già messa via, dei tanti bei sogni, la musica. Ghibli che soffia dietro a una porta chiusa, ah mi sento fradicio di magia, ma forza quest'ora siamo già fuori horario, vero? Un pediluvio mi farò. Un pediluvio mi farò. Ho qui un bel talco da un minardario. La, 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 la. Ah, se capita, chissà, se capita un po' di classe anche per me. Ho qui un bel talco da un miliardario. La, 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 la. Musik E' un macaco senza storie, dice lei, di lui. Che gli manca la memoria, in fondo hai quanti bui. Ma il suo sguardo è una veranda, tempo al tempo e lo vedrai. Che si addentra ne laggiù, no, non incontrarlo mai. Te, 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 te. Te, te, te. Rähne. Rähne. Dann noch ein Kader. Ich bin ein bisschen fortan, was wollte ich eigentlich ein Bonn. La calma più tigrata, più segreta di così Trenn'i primo pulm anvia, tutta la nostra già poesia Oh, da wird schon die erste Forscherwäsche getroffen jetzt. Hier kommt die Forschungsgruppe. Die sieht gerne aus Lateinamerika aus. Scherchi, Applaus. Ormai. Son dovutti per amore, non inrottranno mai. Stava lì nel suo sorriso, a guardar passare i tram. Vecchia pista da elefanti stesa sopra l'Macadam. Da-da-da, da-da-da, da-da-da-da Burkats Gesicht auf sein zukünftiges Leben in Berlin Radelt da ein Radler durch die Villa? Und Burkatsche wahrscheinlich, da sind Harfe Und Klob dahinter? Ja Und das Taxi? Ist schon mal die Ferne runtergegangen? Echt, muss ich was zahlen? Das war's schon, oder wie? Ja, wie kannst du hier auch mal ein Schiff kaufen und es auch blenden? Ich sag ja lieber, wie ich weiter muss, Burkhard zu gehen. Oh, scheiße, hier haben wir geradeaus. Lecker, Marc. Sieht eher bezogen aus. Wo fährt der Bus hin? Ach, wo Spandau. 6 Kilometer. Sollte Straße? Nö, nö, die ist eine Querstraße. Ich glaub, die nächste heißt Burgunder oder Wagener oder sowas. Und dann kommt, glaub ich, Isolde. So, ich dachte, das wäre am See dran. Nö, nö, die nächste muss es sein. Oder? Jetzt sind wir schon dran vorbei. Hier müsst ihr mal links fahren. Die Hauptstraße links? Hier, die muss es sein. Hier. Den Schotterweg hier. Ja. Ich glaub, oder, warte mal. Wie soll die Straße? Die Straße ist doch gar nicht schlecht dafür, dass sie nicht geteert ist. Ist doch geteert, oder? Ja, naja, aber da vorne hört sie dann, glaub ich, auf. Nö, in Potsdam, ja, schon. Sehr glücklich. Das ist ein Besucher. Ja. Ah, der Pferd. Ja, das ist irre, oder? Ja, ne, ne. Können Sie uns was erzählen, Mädels? Hm? Wollen die uns was erzählen? Nö. Das ist auch schlecht beieinander, das Flachdach. Kannst du es mit wenig Mitteln wenigstens so herrichten, dass es gar nicht schlecht ausschaut, ja? Jetzt habe ich nämlich zum ersten Mal ein Fischauge mit hier. Jetzt können wir das nämlich wesentlich besser darstellen. Das ist immer noch dasselbe, seitdem die ausgezogen sind hier. Das ist alles gar nicht so schlimm. Ja, das ist eine Frage der Proportionen, ne? Na ja, das ist nichts Schlimmes. Das ist doch klar, wenn er halt so vier Jahre ist. Das macht nix. Die steht jetzt vier Jahre unbewusst. Geht ja nicht so ganz einfach, ne? Nee. Cooler Heizung, ne? Cooler Heizung.